Und da habe ich auch das Bild mit dem Feuerwerk. Feuerwerk. Ja, leider wissen die Leute nicht mehr, warum wir das überhaupt feiern. Es steht doch geschrieben, die, die wiederkommen werden, werden leuchten und strahlen. Das ist das ganze Aussehen von uns selbst, wie wir uns geben. Wie wir erkannt werden. Und wir strahlen, wir leuchten. Wir sind Leuchtkörper. Und das feiern wir. Im Physischen mit Feuerwerk. Wir freuen uns, logo. Aber dass wir dabei auch Geister anziehen, die negativen, das merkt keiner mehr. Kaum einer. Also, weil wir von uns selbst abstrahlen, irgendwann die Aura, die wird dann zu erkennen sein. Ja, und deshalb heißt es ja, die, die wiederkommen, werden leuchten und strahlen. Ja, so ist es. Oh, bang! was wir hier in der Uniacha, Wir tun, wir tun uns. Wir tun uns, Vielen Dank.